FUNKE KAMURO VARIATIONS Ich kaufe schon ein riesiger Klopper, 60mm, wirklich mega Teil, viel Spaß. Jetzt mein Zwischenfazit, also Kamuru Variations von FUNKE, auch sehr, sehr, sehr nice, wobei mir wirklich die Corolla Variations etwas besser gefallen hat. Aber wir meckern, man meckert hier auf hohem Niveau. Ja, es gibt halt viele verschiedene Geschmacksrichtungen, Geschmäcker und ja, auf jeden Fall eine mega geile.